und eine Reihe draufsetzen einfach aus dem Grund weil ich es dann schön abschließen kann ja, das wars schon mit Holz weg, weg, weg weg so, jetzt wird es aber auch wieder dunkel was ich jetzt machen werde noch ich gehe nochmal schnell nach den Öfen gucken wie, da ist nichts drin warum ist da nichts drin ah, das kann man machen und zwar hätte ich gerne hier rum na auch nochmal Stein also als Abgrenzung der Etagen so in etwa zack, 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 zack ja, das war mir klar, dass das nicht geht so, jetzt aber jawohl jawohl ja, sowas macht man normalerweise vorher eigentlich ok da geht jetzt die Leiter weg genau zack, zack, zack und die Leiter wieder dran und warum weil das von außen dann so aussieht weiß ich ok ja, erste Etage zweite Etage müsste ich oben müssen wir noch äh schlappen schnell der Zombies rum und Spinnen Spinnen sind aber gut da kriege ich Strings und dann kann ich da könnte ich wenn ich wollte ähm einen Bogen machen ist für die Monsterjagd später gut und damit kriegt man Creeper auch besser weg so das ganze machen wir jetzt nochmal hier oben äh jetzt pass auf machen wir das folgendermaßen ich muss das hier alles weg machen aua hä was habe ich denn hier gemacht ok ja ich muss mir na au verdammt nochmal oh 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 so hört sich ein Enderman an ja ich wusste der macht zum Glück nichts außer wenn ich ihn mit meinem Steuerkreuz angucke was ich natürlich nicht machen werde ähm ich brauche noch ganz kurz so äh äh shit geht mit denen nicht ok dann müssen ach fuck jetzt habe ich ihn angeguckt habe ich ihn jetzt angeguckt ne gott sei dank ach und jetzt kann er nicht mal schlafen wenn der da ist hat schlecht ähm denn ich bräuchte ähm mal gucken zwei muss ich übrig lassen äh noch mal Stein 3, 2 1 für hier und 1 für da. Gut. Da jetzt aber der dämliche Endermin... Alter! Der dämliche Endermin draußen vor der Tür umgeistert. Kann ich natürlich nicht pinnen. Habe ich nicht noch eine Holz... Ja, das ist eine Pike-Echse und sperrt. Damit fange ich nichts an. Das kann man draußen in den Griff einschmeißen. Ja. Ah. Zombie. Stirb, Zombie. Da ist noch ein Zombie. Kann ich jetzt pennen? War das der Grund, warum ich nicht pennen konnte? Ne. Blöd. Ah, da ist noch einer. Stirb, Zombie. Eigentlich wollte ich da jetzt nicht auf Monsterjagd gehen, sondern einfach nur pennen. Eine Insel voller Monster. Cool. Ähm. Einfach eigentlich nur pennen gehen. Der dämliche Endermin steht im Weg. Und er klaut zum Glück nur noch Erdblöcke. Ah. Und keine anderen Blöcke mehr. Boah, die sind alle so nah. Da ist noch einer. Boah, wo kommt denn hier her, oh Mann? Muss ich hier wieder ausleuchten? Ach Gott. Das ist zum Glück auch bloß ein Zombie in Creeper-Form. Oh nein, jetzt ist mein Schwert kaputt. Was warnt ihr hier random, oder was? Hier ist doch alles ausgeleuchtet. Was habt ihr denn? Dürftet gar nicht hier sein. Verdammt. Enderman, geh weg. Geh weg von mir. Ach, nee. Eieiei. So. Ja gut, wir können nicht pennen. Wir haben keinen Stein. Wo es schlecht ist. Und ich will da auch nicht steinfarben gehen. Ähm. Wenn es dunkel ist. Und wir können halt auch nichts mehr bauen. Das ist so scheiße. Ja. Was machen wir jetzt? Das ist eine gute Frage, wa? Oder wir gehen noch auf ein Enderman los. Aber das wird, glaube ich, nichts. Das geht dermaßen in die Hose. Dermaßen. Oh, wir könnten uns ins Wasser stellen. Oh. Warum nicht? Ich leuchte hier drin auch mal aus eben. Denn. Wenn die Butze nicht ausgeleuchtet ist, dann können da immer Zombies drauf spawnen. Äh, spawnen. Äh, generell Monsters spawnen, weil die... Alter. Oh, Nerv. Die spawnen ja in komischen Gebieten. Und ich werde mir jetzt... Ich kann jetzt hier nicht oben stehen bleiben, bis... Der Tag anbricht. Doch, kann ich. Äh, ne. Wir machen das folgendes. Äh, wir machen folgendermaßen. Ich werde mich einfach... Hier... Nach unten buddeln. Quasi wie so ein Mini-Keller. Also, kein Keller, aber... Das hilft mir jetzt für ein Schwert. Mist. Mist, Mist, Mist. Ähm, egal. So, das reicht. Ähm... Wollt ihr mich verarschen? Jetzt wird's wieder hell. Und jetzt teleportiert der sich weg? Wollt ihr mich ärgern? Verdammt nochmal. Das ist doch scheiße. Das ist mir egal. Ich brauche trotzdem ein Schwert. Eins. Mit. So. Und ich werde mir... Das machen. Jetzt werde ich erstmal... Nach meinem Holz gucken gehen. Verdammt. Und während dann... Alle umstehenden Zombies abfackeln. Und eventuell auch ein Skelett dabei ist. Nochmal, ähm... Bone-Mail abgreifen. Ja, das ist alles der Enderman. Der teleportiert sich nämlich hin und her. Was beim Attackieren ziemlich nervig ist, weil du haust drauf weg. Fuck. Fuck. Fuck, man steht da hinter dir. Greif dich an. Du drehst dich um. Haust drauf weg. Oh, so schlimm. Ja, ich hab mit meinem Bruder gestern... Ach, fuck you. Skelett. Ah, Skelett. Also wir brauchen uns... Die nächste Zeit eigentlich kaum Sorgen zu machen. Knochen. Knochen. Denn... Skelette... Also ich hab bei Rüstung. Und, ähm... Das sind die Skelette... Die Pfeile der Skelette eigentlich... Nicht so schlimm. Oha. Ich bin trotzdem lieber vorsichtig. Wo kam denn der jetzt her? Wollt ihr mich... Hallo? Na gut. Ähm... Das Blöde ist... Ja. Wenn ich hier jetzt... Äh... Bäume pflanze, was ich ja auch getan habe... Da schießt doch einer auf mich. Oder irre ich mich da jetzt? Hängt der im Baum drin, oder was? Ähm... Die Bäume, wenn die... Da drunter stehen, können die auch bei Tag überleben. Die... Skelette, Zombies und so. Habt's ja gesehen. Der hat auch, ähm... Nicht gebrannt. Bis er dann... Ans Tageslicht... Also unterm Baum hervorkam. Wachse, Sapling, wachse. Danke. Du auch. Und hier werde ich noch abholzen. Zack, 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 zack. Perfekt. So, du darfst wachsen. Ohpala, Entschuldigung. Ähm... Und jetzt brauche ich... Was brauche ich denn? 29. Ne, wir brauchen noch mehr Holz. Das wird nicht reichen, Leute. Das wird nicht reichen. Ähm... Ja, ich hole mir jetzt dann doch nochmal ein bisschen Stein. Also nicht nur für Cleanstone nachher, oder für Stone einfach nur. Ähm... Sondern... Auch, falls ich mir ein neues Werkzeug machen muss. Ich könnte mir zwar auch Eisenwerkzeug machen, aber... Das... Will ich vorerst mal nicht. Weil's mit Stein besser geht. Noch hab ich nicht so viel Eisen gefunden. Wie viel hab ich denn noch? Ah, ist alles in der Kiste. So. Okay. Ähm... Das reicht doch schon. Tja, was machen wir jetzt? Wir bauen erstmal das Haus fertig. Ach nein! Solange es noch Tag ist, bauen kann ich auch nachts. Am Haus bin ich relativ sicher. Ähm... Ich brauch Sand. Da unten ist Versand. Das ist allerdings im Wasser. Was dann wieder doof ist, weil im Wasser kann ich... Ah, hier. Hier. Perfekt. Super. Super. Schaufel. Klasse. Muss ich mal gucken, dass ich nicht absauf. Äh... Verdammt. Da kann ich jetzt... Da kann ich jetzt... ...